Ich komme mit der Schnelligkeit von der Akira überhaupt nicht zu ran, aber die ist mir viel zu hektisch, spielt die nicht wohl. Ist das richtig, wenn man den Becher umsitzt, wenn ich dann schliefe? Und soll ich klickern, wenn die Nase raus ist oder wenn die Nase noch drin ist? Sitz. 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 Sitz.